Ja hallo, ich begrüße euch. Wie ihr schon im letzten Video mitbekommen habt, war unsere Reise von Panama nach Deutschland nicht ganz so spektakulär. Am Anfang schon, weil wir nicht wussten, geht denn der Flug, geht er nicht und ist ein humanitärer Flug. Das haben wir erst am Flughafen mitbekommen. Aber jetzt sind wir gut in Deutschland angekommen. Und das ist es ja, was man auf so einer Reise vermisst. Das ist die Familie und die Freunde. Wir haben eine super Zeit in Deutschland verlebt, wurden hervorragend aufgenommen von der Familie und auch von den Freunden. Wir haben hervorragende Partys gemacht und waren Gott sei Dank auch zu einer Zeit da, als Corona in Deutschland nicht so eine ganz große Rolle gespielt hat. Wir haben den Aufenthalt genossen. Beim Rückflug war es wieder ein bisschen kompliziert, weil der Flughafen in Panama nämlich immer noch gesperrt wurde. Wir hatten eigentlich einen Rückflug für den 8. Oktober, aber der Flughafen hat erst am 12. Oktober geöffnet. Aber dadurch, dass wir dann umbuchen konnten bei KLM auf den 15. Oktober, sind wir noch in den Genuss gekommen und haben bei der Hochzeit von unserem Freund Uwe und Anna teilnehmen können. Und jetzt freut euch auf unseren Heimaturlaub 2020. Viel Spaß dabei. Tschüss. Und jetzt freut euch auf unseren Heimatur. Nach unserer Augen. Die, wir sind wirklich in der Liebe gebetet. Na jetzt, wir sind alle uns zusammen. Wir sind alle nicht in der Zeit. Es gibt viele Menschen, viele wissen aber auch andere will ich. Aber ich müsste wissen, dass das nicht so ist, wenn es unsere Schönheit ist. Aus Ordi, nun tun nun Assemblée, nun tun nun so ein Assemblée, nun tun nun so ein Assemblée, nun schat' ansamb'n, nun l'indépendant. An avant nun Président, avek nun nun Banminis, an avant tout Cécel-Oi, la Republik, qui devant nous. An avant nun Président, avek nun Banminis, no amet tun nun l'intérêt. Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal, dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal. Darum lasst uns feiern, dass die Schwarte kracht, heute wird Getanz gesungen und gelacht, heute wird Getanz gesungen und gelacht. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, wie schön, dass... 25. Juli 2020. Wir sammeln uns in Seesen. Es gibt nämlich einen Grund und der Grund, der sitzt da, wenn man da schaut. Die Kira ist nämlich 30 Jahre alt geworden und noch keine Falte, weil der Phil so gut auf sie aufgepasst hat. Immer. Das bleibt auch so. Unser Zelt steht an der altbekannten Stelle, hat der Pär hier schön freigeschnitten für uns. Da unten werden die anderen Zelte aufgebaut. Ach, es ist herrlich hier. Es ist immer wieder schön, hier in Seesen zu sein. Und ganz ins Zapfloch hineindrücken. Habe ich auch gemacht. Jetzt den geschlossenen Zapfhahn mit leichtem Druck per Hand ins Zapfloch eindrehen. Woher weiß ich, dass der zu ist? Pusten, hinten rein pusten. Reindrehen ist klar. Jetzt den geschlossenen Zapfhahn mit leichtem Druck per Hand gerade auch eindrehen. Ja, ja, drehen mal rein. Bisschen so rechts und links, jawohl. Bisschen fest in der Gummidiebe. Klar. Zur Stabilisierung des Fasses mit einer Hand auf der Rückseite festhalten. Ja, genau. Keinen Hammer verwenden. Könnte passen. Füllen Sie zwei bis drei Gräser mit Bier. Wollen wir das noch ein bisschen weiter zur Kante stellen. Ist nicht drinne. Ist nicht drinne. Vielleicht ist das auch Mama. Bierdusche. Das ist auf jeden Fall drückdruck. Auf Kira. Auf Kira. Auf die 30. Auf die 30-jährige Kira. Meine Nachbarn waren sehr begeistert davon, wie schön ihr gesungen habt. Hallo Kira. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Guten Tag, alle zusammen. Hallo, hallo. Soll ich meine Große? Hallo. Alles Liebe, alles Gute, wieder am Geburtstag. Du wolltest doch nicht. Und dann hat er dann auch so den Dreifel. Was sagst du? Kannst du aufhören, nicht zu feiten? Ich weiß nicht, John. Geschenke, Geschenke. Per, können wir jetzt ein bisschen was machen? Können wir? Können wir? Prost, Prost, Kamerad, Prost, Prost, Kamerad, Prost, 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 Kamerad, wir wollen noch einen heben, Prost, 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 die Nassmittel waschen, die Flüchtlingshund, die Lärchen singt der Kuckuckuck, wir wollen noch einen heben, Prost, 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 Wohin? Hinein! Oh, der Grill liegt voll. Papa, zum Anlass von der Kira, vom 30. Geburtstag, Kira, steh mal auf! Kira, wir danken dir für diese Runde, wir danken dir. Wenn du noch einen gibst, haben wir dich noch mal so lieb, Kira, wir danken dir für dieses Bier. Jetzt dürft ihr klatschen, das ist nämlich Kiras Bier. Ich war dabei, ich hab's ja ganz allein bezahlt. Und als der Herr die Erde hat erschaffen, mit ihm zusammen die Fische, Vögel und auch Affen, Da hat er in die weite, weite Welt den Adam ganz allein gestellt. Ah, nein! Da hat er in die weite, weite Welt den Adam ganz allein gestellt. Da rief er mich, die grüße, grüße Gott. Oh, helf mir doch in meiner Not. Da rief er mich, die grüße, grüße Gott. Oh, helf mir doch in meiner Not. Und als der Adler da mal an schlafen, aber nein, da rief er sprach, ich grüße nie. Ich führte sie zum Tanzen, da fiel aus ihrem Tanzen. Ein Grüßlein, ein Grüßlein, ein Grüßlein. Ich rief es auf, verliehen, und warte und weinen. Aber nein, da bleib ich sprach, ich schütze mich. Aber auch mit mich kann man kämpfen. Ich habe fleißig gearbeitet. Do Familiat. Läute. invested, Geld ist. Und dann wieder clutteren, coat und hat klinge. Er wird nicht des Geist. Aus die Linke. 成 Nacht als Ihre Liegen, dann werden die Latte noch ein Problem alrededor. Es ist wie ich chúng massive. Es ist wie der Dezestland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt wird das Boot vom Uwe ins Wasser gelassen. So, hinaus geht es. Oh, die Lady ist auch an Bord. Und da ist der Käpt'n. 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 Ich glaube, wir müssen uns hier durchfressen. Wir machen die ja frei. Boah, ihr macht aber auch einen schönen Weg. Macht ihr auch. Super. Also hier, Dschungeltour im Harz. Ist die Annabelle auch da? Ja. Die Kleine, die geht wahrscheinlich unter den Gebüsch durch. Geht auch. Springen, auch springen. Nein, so hüpfen. Nein. Das sind ja so typisch Träumotüchen. Das ging doch lieber rüber, oder? Nein, ich weiß doch nicht, wie weit das hier ist. Ja, krass. Oh, das war ja unspektakulär. Ich weiß doch nicht, wie weit das hier ist. Aber auch immer. Ich weiß nicht, wie es nicht ganz Musik Wo ist das Nutella jetzt? Oh, der Hammer, hier eine Banane bei den Brosses. Wird nämlich heiß. Wird heiß? Ja, wird heiß. 1. September. Wir sind mit dem Wohnmobil am Steinhuder Meer. Mit Mardorf auf dem Wohnmobil-Stellplatz. Und jetzt machen wir gleich eine Fahrradtour. Einmal rund ums Steinhuder Meer. Musik 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 Heute, 12. September, Arbeitseinsatz in Seesen. Wir wollen da die Schleenbüsche wegmachen. Musik Musik Alle haben hier ihr Werkzeug dabei. Musik Musik Also Florian, Alexander, Jörg und ich. Musik Musik Jetzt zeig uns mal, wie das geht. Musik 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 Super. Musik Ah, da sieht man noch die Jugend. Musik 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 Das sind jetzt die Ersatzarbeiter, die sind auch eingetroffen. Hallo Bulgarien, Bulgarien. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir arbeiten in der Familie, und wir arbeiten, und wir arbeiten. Oder wir vergessen. Ja, ja, ja. Wenn wir uns wiedersehen, wird es nicht so schwer. Wir beginnen, wir sind zusammen. Wir sind in den Film. Wir sind zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017